Ich denke mir, dass das Bewusstsein für den Klimaschutz bei den Menschen angekommen ist, bei der Politik Gott sei Dank auch, und dass wir daher jetzt handeln müssen. Daher habe ich gesagt, Chefsache, nicht weil ich gescheiter bin als andere, aber weil wir jetzt gut koordinieren müssen, weil wir natürlich in einem Klimaresort, das durchaus von Donny Lang geführt werden kann, wenn wir in Zukunft weiter zusammenarbeiten, alle die Maßnahmen setzen, die notwendig sind. Da geht es vor allem darum, dass wir nicht Ängste schüren, Konflikte schüren, sondern dass Wirtschaft, Städte, Gemeinden, Land, Republik, Landwirtschaft zusammenarbeiten, um das Richtige für das Klima zu tun. Und für die Stadt Graz werde ich den Fonds aufdoppeln von 30 auf 60 Millionen, weil die Städte ganz besonders gefordert sind. Ich denke mir, wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir haben viel vor uns.